hallo meine lieben ja heute gibt es basteln mit der wölfin und zwar wir basteln heute einen hunde pullover ja ihr habt richtig gehört aber nur für kleine hunde also von der größe her zwischen 5 und 8 kilo und von der rasse her will ich sagen so kein terrier yorkshire terrier der ist noch der krasse terrier soweit ja und zwar habe ich nämlich diese wunderschönen loom schals bei woher hat denn bei t die entdeckt mit dem schönen sternen muster ja und da habe ich dann zwei form gekauft eigentlich wollte ich nämlich so ein nur als schal für die sache haben der dann so da drüber kommt die hat ja so einen breiten kopf und dann wäre gut gewesen deswegen habe ich das nämlich auch in rosa gekauft sondern kriegt die sache hat einfach so über den kopf und fertig und wenn das so groß ist dann mache ich hier immer ein band einfach durch so gummiband und hier unten gegebenen falls auch also wenn er zu locker sein sollte ja so und dann kauft man zwei von diesen loben schals so und dann macht man so dass die jetzt unsere naht die muss in der mitte sein sonst ist er mich in ihrem wohnen art dass die einzige und die machen meine mitte das ist dann von unten drunter so und bei dem genau der gleiche das hat in der mitte ist aber wir machen jetzt auf links weil wir das hier zusammennähen wollen also ich nähe das jetzt nicht vor ich zeige euch nur wie ihr das nähen sollt und zeige euch dann an einem fertigen wieder dann aussieht hier muss das schild noch abschneiden ja hier muss man unter schild abschneiden weil das den hund stört hier habe ich dann schon abgeschnitten sondern nimmt ihr also die beiden so zusammen das hat genau dann auskommt da mit den nähten und dann fängt man an ich hab das einfach so machen muss hat denn jetzt hier die naht da ist die naht am besten hält man so die nähte übereinander so und dann legt man hat hier so drauf und dann hält man sondern kann man einfach nicht so nennen so und dann sieht das für mich so aus hier ist schon ganz komplett fertig genäht so sieht das dann aus ich kann jetzt nicht so super toll nennen deswegen hat jetzt hier nicht ganz hundertprozentig gleichmäßig so aber man hat dann hier so ein rand und das ist nämlich das nächste was wichtig ist dass das nach hinten hin geht der rand also diese klappe hier in anfangsstrichen das geht dann nach unten das wäre dann die untere seite und hat die obere seite ja wenn man dann fertig genäht hat dass sie zusammen sind macht man die wieder auf rechts also die hängen ja dann zusammen so jetzt nämlich dann fertig genäht und zeige euch das so hier wie gesagt so sieht das dann aus so und das wäre dann oben sondern mit ihr oben nämlich nicht so das hat so locker und so weit ist für einen kleinen hund hätte ja noch mal nur einen kleinen kopf habe ich dann hier wie ich ja schon gesagt hatte für die sache ein loch reingemacht und da habe ich nämlich hier so ein gummiband das sind diese dinger die man auf die corona masken für die ohren da nimmt diese gummibänder dann macht man dieses band klote man an der an die rückseite von einer sicherheitsnadel fest und die sicherheitsnadel die darf natürlich nicht zu groß sein zu klein aber auch nicht sondern schiebt man die hier durch durch das loch und dann zieht man die so hier einmal so durch das hat dann wieder hier rauskommt so kriegt man nämlich den faden dann dadurch also das gummiband ja und ich habe jetzt hier so einen doppelten knoten gemacht dann kann ich hier unten einfach so dran ziehen so kann man das besser sehen und dann kann man dann wieder ganz leicht auseinander machen falls ich die größe mal verstehen muss dass er zu locker oder zu stramm ist ja man kann eigentlich auch diese wo man so drauf drücken muss dass er dann fest ist eigentlich nehmen aber ich habe das jetzt ja hier unten gemacht wo auch das also diese naht ist also von innen das heißt der hund hat das hier unten drunter wenn er jetzt hier oben am rücken hätte wäre das nicht so schlimm weil das da nicht ganz so stört aber hier unten drunter stört das schon mehr und deswegen habe ich nur einen knoten reingemacht da müsst ihr dann darauf achten wie stramm das sein soll nicht zu stramm so das soll so sein dass der wind nicht rein kommt aber nicht zu stramm dass der hund keine luft mehr kriegt oder so richtig stramm ist also soll locker sitzen dass das hat angenehm für den hund ist ja dann muss man ja ich zeige euch jetzt mal ein anderes mäntelchen ein altes muss man ja die löcher für die füße für die vorderpfoten da freischneiden so so sieht ein altes mäntelchen vom schädelchen von hinten aus hier sind die arme so und weil das jan rüde ist muss man das hier unten dann auch noch freischneiden wenn man weibchen hat braucht man das nicht da muss man dann gucken bis wohin das geht mit den hinterbeinen sondern ich habe das dann auch gemacht ich habe da daneben gelegt und habe mir das dann aufgemalt wo die armlöcher hinkommen sondern sieht das so aus so das habe ich jetzt noch nicht vernäht dann werde ich alles noch umnähen ich habe das jetzt extra noch nicht gemacht um euch dazu erklären so hier das ist jetzt doppelter vlies gewesen man muss dann den unteren stoff und auch den oberen muss man mal einmal kurz mit dem feuerzeug abflämmen dann kann der stoff nicht ausfransen mit der zeit vor allen dingen wenn er oft gewaschen wird weil die hunde machen sich ja auch mal dreckig gerade die kleinen hunde wenn die wiese nicht gemäht ist und die wiese dann höher ist die kleinen hunde die haben den ganzen dreck dann unten drunter ja und dann flämmt man hat aber ganz vorsichtig weil kann man ganz schnell sich löcher reinmachen also nur mit einer ganz kleinen flamme und ganz schnell so drumherum aber muss man getrennt machen einmal das unteren einmal das oberen sondern wird das hinterher noch mal vernäht das schlägt man dann so um und dann wird man das noch einmal so drumherum nehmen mit ordentlich aussieht ja so sieht das jetzt hier bis jetzt aus mit den ich musste hier auch noch was verändern ich hatte die nämlich ein bisschen kleiner aber da war der steg hier in der mitte war zu breit und dann konnte der konnte laufen aber das hat den hier war dazu eng und hat den hat er gestört und dann muss ich dann ein stückchen kürzer schneiden damit er dann hier mehr armfreiheit hat beim laufen da müsst ihr auch darauf achten weil jeder hund ist ja anders von der größe her so ja so sieht er dann hier unten aus dieses zusammen genähte natürlich so und dann habe ich ja das untere stück hier abgeschnitten weil ich habe ja eine rüde ja und da habe ich einfach nur die eine hälfte so aufgemalt wie so ein bogen eben und dann habe ich die angefangen so auszuschneiden dann habe ich die so umgeklappt damit ich genau die gleiche größe auf der anderen seite auch habt damit er nicht krumm und schief wird und habe dann da drumherum geschnitten vorsichtig so und deswegen ist auch ziemlich gleichmäßig geworden ja das nähe ich auch noch um also jeder muss auch alles abgeflämmt werden habe ich natürlich schon gemacht aber dann müsst ihr dann auch noch alles machen damit nichts ausfranst sondern wird jetzt einfach hier wieder so umgenäht so eingeknickt vorsichtig so damit er dann ordentlich aussieht sondern hält man einfach noch mal drumherum ja und ne ich recycle ja mal alles ich schmeiße ja nichts weg so dieses stück weil ich jetzt hier unten ausgeschnitten habe habe ich jetzt für vorne als tasche drauf genäht ja und so hat man nämlich dann immer die kotbeutel bei man kann auch taschenbücher da rein tun nur auf gar keinen fall was schweres weil ihr dürft nicht vergessen das ist der rücken also das rückrad vom hund und wenn hier was knobbeliges hartes drin ist da tut dem hund weh und je nachdem wie schwer das ist ist das für so einen kleinen hund ja auch nicht so angenehm so deswegen taschentücher kann man rein tun auch ein paket das ist jetzt nicht schwer und das ist jetzt auch nicht unangenehm und wie gesagt die kotbeutel kann man da rein tun ja aber auf gar keinen fall haustürsschlüssel oder so das kann natürlich auch verloren gehen also die taschentücher oder die kotbeutel nicht aber wenn man jetzt was mit gewicht hat und je nachdem wie der hund so mal rennt oder so dann kann das rausfallen deswegen auf gar keinen fall und schlüssel können ja auch wieder im rückrad vom hund rein piksen deswegen denkt an euer hund und nicht egoistisch sein ja so die wird dann auch einfach hier so drauf genäht ich habe dann natürlich die innenseiten umgeknickt damit er dann hier alles ordentlich ist hier oben dann auch noch mal ja und so sieht das dann von innen aus so und wer wenn das hier zu locker ist der kann hier ein stück vom klettverschluss dran nähen und hier dann auch und dann kann man das noch so zu machen so oder am knopf also ich stelle das jetzt mal so so sieht er jetzt aus wenn er fertig ist also fast fertig so und so ist die rückseite ja und dann hat man einen ganz tollen und dann mit so einem wunderschönen ständchen musste jetzt auch noch so weihnachtszeit langsam was da die runde vor allen dingen ich ziehe den ja meistens dem ja nur nachts an wenn er kalt ist und dann funkeln ja eh die sterne am himmel und dann sieht er richtig toll aus ja und wer jetzt ein weibchen hat gab es auch in rosa und zwar bei teddy ich weiß aber nicht ob er die immer noch gibt die habe ich vor zwei oder drei wochen gekauft für zwei euro pro stück das heißt man hat nämlich dann ein hunde mäntelchen also polöverchen für vier euro sondern für vier euro kriegt man hier wo allen auch nicht gebraucht weil der hier vom schicke der schwarze der ist gebraucht der hat hier sogar noch so glitzer drauf den habe ich außer im tierschutzladen und selbst für den habe ich glaube ich vier euro in der fünf euro glaube ich noch bezahlt weil nämlich die gestrickten die sind im zugeschäft auch richtig teuer die kosten wie 20 euro ja und was wollte ich noch sagen ach ja und dann hier die grauen die rosanen sowieso ich hatte nämlich gestern weil es schnell gehen musste dem schicke hatte ich das schon angezogen da habe ich die tasche noch gar nicht da drauf gehabt aber ging ja natürlich auch man muss jetzt nicht eine tasche hier drauf nehmen wenn man jetzt nicht so gut nähen kann oder nicht so eine lust hat das sieht auch ohne tasche schön aus ich hab das jetzt nur gemacht weil ich hier den stoff nicht wegschmeißen wollte also kann jeder so machen wie er möchte ja und dann hatte ich die leuchtiges noch an den anderen hundeleinen dran und dieser hatte ihren gelben regenmantel an ja und das leuchtet ja sowieso und der schicke hatte dann dieses graue an und das graue konnte ich auch sehr gut sehen weil sonst der ist ja pechschwarzer sehe ich ja nichts wenn der draußen dunkel ist der läuft vor mir her ich sehe ihn trotzdem nicht ja und die sarah die sehe ich besser aber manchmal sehe ich die auch nicht dann ist sie auch wie getarnt weil die ja die schwarzen streifen hat und jetzt mit den herbstblättern verschwindet der hund nämlich dann auch ja ja wollte ich nämlich euch mal erzählen wie einfach schnell also das hat ja nicht lange gedauert das ausschneiden und hier zusammennähen wie schnell man dann für sich dann für seinen kleinen hund mal schnell einen hundepullover fertig hat so und wenn man nämlich nicht viel geld hat so wie ich auch dann kann man sich was richtig tolles machen was dem hund passt was schön aussieht und was keiner hat so ihr könnt ja auch mal gucken es gibt ja noch andere farben lumenschals aber was wichtig ist ihr müsst auf den durchmesser hier achten so am besten messt ihr den brustumfang von dem hund aus mit einer schnur am besten und dann schneidet ihr da ab wo das dann aufgehört hat und dann nehmt ihr die schnur mit ins geschäft und dann wickelt ihr die schnur hier einmal so drum und dann rechnet ihr aber noch vier zentimeter dazu weil der hund braucht noch ein kleines bisschen luft da drin und da zieht sich zwar aber jetzt auch nicht wer weiß wie damit man das vernünftig an und ausziehen kann weil wenn das so stramm ist dann kriegt man das gar nicht an und wenn man in dem hat angekriegt hat dann kriegt man nicht mehr aus dann müsste man das zerschneiden das wäre zu schade aber deswegen immer so drei bis vier zentimeter luft lassen ja mein hund hat ja so zwischen sieben und acht kilo immer ist ein kein terrier und wie gesagt passt dem hervorragend und jetzt werde ich dann nur noch hier nachher noch vernähen hier unten das alles dann ist alles ordentlich und dann ist das ding fertig besser geht es doch gar nicht für so wenig geld ja ich hänge fotos dran auch mit den maßen nochmal so schritt für schritt und dann wünsche ich euch viel spaß beim nachmachen bis zum nächsten video tschüss 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 Vielen Dank.